Leute, herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Next Level Rap. Trifft auf Splash, trifft auf Videospiele. Mit fantastischen Gästen hier in der ersten Folge. Let's go! Okay, Leute, Next Level erste Folge. Ich freu mich sehr, dass wir am Start sind. Wir haben ein bisschen geteased schon. Ihr wisst vielleicht schon, wer unsere Gäste sind. Deshalb will ich gar nicht groß um den heißen Brei labeln. Wir haben zwei fantastische Rapper heute hier am Start. Den weiten Berlin aus dem Weg gekommen. Den weiten Weg aus Berlin gekommen. Coolster Wasch ist am Start. Schön, dass du da bist. Prüß dich. Und den weiten Weg aus Hamburg gekommen. Ist 8-4. Und ihr kennt euch ja schon. Ihr habt schon zusammen einen Track aufgenommen. Letztes Jahr auf deinem Album nämlich. Genau. Rolle über Hip-Hop. Genau. Und wie sieht's beim Gaming bei euch beiden so aus? Heute haben wir das erste Mal so zwei Minuten angecheckt und haben gemerkt, dass wir beide nicht ganz so fit sind mehr. Du hast aber 2007 einen Track gemacht, der sehr viel von Gaming gehandelt hat. Grind On von Tony Hawk meinst du? Oder meinst du nur ein Spiel? Nee, nur ein Spiel. Ja, auf Tod oder Lebendig. Tod oder Lebendig, genau. Und da hast du auch viel, glaube ich, über Call of Duty und so gelaufen. Genau, das ist auch, also COD ist jetzt das einzige, also Warzone, was ich zurzeit spiele, leider Gottes nicht gut. Und meine Reflexe im Vergleich zu diesen paar Cheatern, die da drin sind und den vielen 16-Jährigen und 12-Jährigen, die mich tot machen, aber also ... Das ist das Problem heutzutage. Man kann nicht mehr online zocken, weil die 13-Jährigen einen platt machen. Klar. Gibt's ein Spiel, wo du sagst, da könnte ich meinen Hut in den Ring werfen? Gar nicht, Digga, muss ich ehrlich sagen. Du zockst gar nicht? Mario Cup nicht sehr frisch. Mario Cup würde ich auch im Geld spielen, aber ... Ich hab nur Red Dead zu Hause auch online und komm echt nur einmal die Woche aus dem Nichtsärger meine Freunde töte die und nachher schau du ... Schönen Gruß an Karim, du geiles So. Red Dead 2. Ja, also das Neue, was man auch anders spielt. Okay, alles klar. Wie sieht's denn aus? Musik, du hast grad ein Album rausgebracht in Juli. Genau, ich hab euch das auch mitgebracht, einmal als Box, einmal auf wie Nudes. Das könnt ihr gerne verlosen. Könnt ihr gerne behalten. Wir zeigen's auch gleich mal. Wir haben hier 30 Sets, das ist im Südflügel gerade. Didi, basiert, oder der Name, hat auch was damit zu tun mit deinem Vater. Ist, glaub ich, auch auf dem Cover drauf. Genau, das war der Spitzname von meinem alten Herr. Und erzähl mir noch ein bisschen was dazu. Was hat's damit auf sich? Also, ich hab's ihm gewidmet. Und das Ding ist, ich würd's fast überhaupt nicht mein bestes Album. Hab mir gut dick Mühe gegeben dafür. Und ja, zieh's dir rein. Viel Spaß damit. Okay, seit Juli auf jeden Fall im Laden. Und du arbeitest gerade noch unter Hochdruck, nehm ich an, am aktuellen Album. Neues Singles raus, AMG. Ja. Digga, geistkrank übrigens, ne? Dankeschön, Mann. Aber wirklich, echte Props verteilen. Weil das so ein Bromance-Scheiß ist und nicht so ein ... Ach, egal, ich kann mich wieder aussehen. Aber geiler Song. Mach ruhig, ey. Dankeschön, Alter. Ich weiß es zu schätzen, Mann. Muss man sagen. Ähm, erzähl mir ein bisschen was zum Album-Titel. Aguri? Aguri, genau. Aguri? Ist das doch ein indonesischer Stamm, oder ... Das ist in Indien, das sind die Dudes. Also, wörtlich übersetzt heißt es die Furchtlosen. Ich hab eine Doku über die gesehen. Und mir ging's eigentlich so im Kern der Aussage echt darum, einfach die Dinge zu tun, die man selber für richtig hält und sich nicht irgendwie dem zu beugen, was der Rest von dir will. Und das hab ich auch auf die Musik übertragen und hab mir gesagt, du, jetzt mach ich mal ein Album, was vielleicht so ein bisschen aus der Rolle fällt so. Aber damit muss ich leben. Und damit müssen die anderen vor allen Dingen leben. Okay. Du arbeitest aber, glaub ich, an noch einem Album, so einem Boom-Bab-Album, stimmt das? Das kommt direkt danach. Das mach ich definitiv. Also, das ist so ein Traum, ein ewiger Traum, den ich so im Kopf hab. Und ich hab ein bisschen angefangen. Ich hab ein paar Sachen gesammelt. Ich hab ein Beat von Diamond D zum Beispiel. Ich hab mit Lord Furness bin ich in Kontakt, mit Evidence und so weiter. Und natürlich auch ein paar deutsche und Schweizer Producer. Oldschool. Ja, nicht nur oldschool. Nee, auch neuere. Es gibt auch eine neue Schiene von Producern, die den alten Sound für sich entdeckt haben. Und die Bock haben, original, oldschool Hip-Hop zu produzieren. Also, das gibt's auch. Und das klingt krass. Aber das heißt, Agori unterscheidet sich dann noch mal. Komplett. Das ist eher moderne, modernere Sachen. Wenn man das so jetzt so aufheben will. Ey, du hast den Stress-Vespa-Wall, ich schwöre. Wow. Ich hab auch grad was gehört, aber ich hab ... Alter, einfach ... Hat sie gestochen? Nein, Mann. Glück gehabt. Ich hab sie gestochen. Ey, wer ist das hier? Wie ist der jetzt auch geflogen? Wo ist der hier drin? Ey. Ist die jetzt raus oder nicht? Ja, wo ist die? Ich hab keine Ahnung, die ist weg. Hast du Angst vor ... Ist das live, ne? Nee, aber ich wundere mich einfach ... Nee, die ist weg. Vor allem, ich hab's gehört, aber ich dachte, ich hab hier so einen Knopf im Ohr und ich dachte, irgendwie die Regie versucht, mit mir zu reden. Das ist ja wild. Und als ich sie gehört hab und denk so, was geht ... Okay, das war nur ... Ich seh sie. Aber ist geil, wir haben ein bisschen Action in der Show jetzt. Ja, Mann. Das ist ganz gut. Oh, das ist auch ... Schweinehals. Du Arme. Ach, du Scheiße. Ey, du hast mich voll erschreckt. Ach, du hast ... Du hast mir dein Leben zu verdanken, oder? Ja, Mann, ich schulde dir. Du zahlst das Taxi nach. Zumindest das Gehör. Ja, okay. Ihr dürftet ja schon, wir haben im Vorfeld, durftet ihr schon ein bisschen trainieren. Erste Disziplin. Ja, komm, so kurz mal hier. Ihr seid beide auch so krasse, ehrgeizige Typen. Ey, er war der Erste. Ach, die kamen direkt hierhin. Da war noch hier im Studio nix los. Direkt hierhin gesagt, ey, kann ich schon mal hier so ein bisschen Probe zocken? Das ist auch peinlich, wenn du hier so aus dem Deckel kriegst. Team Rap, hallo, ich bin mit Sachen. Aber du bist auch ein ehrgeiziger Typ, so, oder? Ja, auf jeden Fall. Du hast auch direkt hier so, ey, erkenn mir mal kurz ... Kann mal jeder in seine Ecke gehen, damit ich mal kurz die Steuerung ausprobieren kann? Du, ich bin echt fast jede Nacht so, wenn ich aus der Warzone komme, bin ich frustriert und definiert. Wenn ich aus der Warzone komme. Ja, das ist halt super nervig so, weil du immer auf die Fresse kriegst und stresst, Alter. Ich hab mir das Online-Ding nur so gemacht, so zum Chillen. Ich hab so aufs Maul gekriegt, hab da meinen Fans das mitgegeben, so, je nach drei Tagen konnte ich nie wieder spielen. Ich hab nicht einmal den FIFA-Bahn, und nicht einmal gegen keinen Fan von mir ist. Okay, wir spielen auf jeden Fall Smash Brothers. Das ist ein bisschen schwierig am Anfang, aber wir spielen auch noch andere lustige Spiele, werden wir sehen, wie's dann aussieht. Ich geh jetzt erst mal rüber, glaub ich, oder? Genau. Und gucken, weil ihr habt ja auch Kontrahenten, wir wollen wissen, gegen wen ihr antreten müsst. Ich hab's ja schon gesagt. Wir haben nämlich noch zwei weitere Teams. Und zwar darf ich begrüßen das Team Splash. Hallo. Und das Team Rocket Beans. Ich fang natürlich erst mal mit unseren Gästen an. Lisa Ludwig und Skinny. Erzählt mir ein bisschen was von euch. Lisa, dich hat man auch schon ein paar Mal bei uns auf dem Sender gesehen? Einmal. Einmal? Ein einziges Mal. Ja, ich bin Redakteurin von YouTube-Formaten, politisch das, das heißt Represent. Zocke aber privat sehr, sehr gerne. Und habe vor über zehn Jahren bei rap.de gearbeitet. Das heißt, das ist so meine Straßengredibilität, die ich mir so aufgespart habe und die ich jetzt hier ergieße. Hörst du noch Rap oder hast du dich emanzipiert vom Rap? Du kannst ruhig zugeben. Nee, ich höre schon noch Rap. Ich finde, das ist halt auch so ein bisschen so ein Vollzeitjob, ne? Das immer so alles Aktuelle auf dem Schirm zu haben. OG Kimo feiere ich sehr. Ja, das ist so mit, glaube ich, fast das Aktuellste, was ich höre momentan, aber vor allem auch aus Zeitgründen, um ehrlich zu sein. Und rap.de ist so ein bisschen eine Gemeinsamkeit, die ihr habt, Skinny. Du arbeitest natürlich auch für rap.de. Ja, ich bin da zurzeit Chefredakteur, also platze quasi vor Straßengredibilität. Holy shit, kennst du cool, Sabasch? Ja, den Namen habe ich auch schon mal gelesen. Ich glaube, wir haben uns auch schon mal die Hand geschüttelt. Und, ähm, ja, dementsprechend den Vollzeitjob Rap zu hören, mach ich quasi. Aber auch ganz geil Hobby zum Beruf gemacht, nehm ich an. Ja, haben wir eine Gemeinsamkeit, oder? Nee, ich, ehrlich gesagt, kann ich mit dem ganzen Videospiel nichts anfangen. Ähm, deswegen moderierst du und zockst nicht mit, genau. Äh, deshalb muss ich selber nicht zocken. Ähm, ihr vertretet das Team Splash. Wie sehr schmerzt es, dass dieses Jahr kein Splash stattfindet? Boah, ich dachte erst, es schmerzt mich gar nicht so dolle, weil ich mir dann die Arbeit und die Hitze und alles erspare. Aber je näher es dann kam, desto mehr hat's geschmerzt. Und als dann tatsächlich das Splash eigentlich stattgefunden hätte und nicht war, da ist wirklich, äh, da hat man ein Klirren in meinem Herzen gehört. Wie oft warst du schon auf dem Splash, Lisa? Oh Gott. Sechsmal, glaube ich, fünfmal davon beruflich auch. Aber mein erstes Splash hab ich mit 14 gemacht. Das war 2004. Ähm, nee, 15 war ich da schon. Und da hab ich Busta Rhymes gesehen und da denk ich immer noch dran. Wenn er in so einer riesigen Weed-Bolke steht, als 15-Jährige, die zu einem Zeitpunkt noch nicht mal geraucht hat. Und das war sehr eindrucksvoll für mich. Ich hab Busta Rhymes auch mal live gesehen. Irgendwo im Skiurlaub hat er in irgendeinem kleinen Club aufgelegt und hat auf der, das werd ich auch nicht vergessen, auf der Bühne eine Flasche Jack Daniels geäxt. Also vielleicht war auch was anderes drin, aber ich würd's ihm zutrauen, dass da Jackie drin war. Aber das ist das Einzige, was ich abgespeichert hab aus der Geschichte. Okay, dann kommen wir mal zu euren weiteren Konkurrenten. Das ist natürlich das Team Rocket Beans. Andreas Nasti. Schön, dass du da bist, Nasti, du bist. Und Andreas. Danke. So war das nicht gemeint, aber Nasti ist spontan eingesprungen. Ursprünglich, habt ihr es im Teaser vielleicht gesehen, war Lars geplant. Aber es passt ja eigentlich auch ganz gut. Du hörst auch Hip-Hop. Ja, tatsächlich. Und weißt du, was ich so daran schätze? Du stehst dazu öffentlich. Ey, es gibt genug Leute. Ich kenn so viele Leute, die Rap hören, aber das öffentlich nicht so zugeben. Hä? Echt? Ja. Warum das denn? Chris Rock hat mal gesagt, I'm tired of defending it, dass man immer Rap und Hip-Hop verteidigen muss. Ja, war gut, weil die Texte sind ja manchmal auch ein bisschen schwierig. Und ich bin auch mittlerweile in einem Alter und hab Kinder und es ist manchmal schwer, wenn Papa im Auto plötzlich die Anlage andreht und sagt, ja, so ist die Musik halt. Oder 8.4 seine Freunde in GTA Online beleidigt. Ja, aber das gehört einfach dazu irgendwie. Aber du magst es. Echt total. Weil, wo wir bei ersten Konzerten sind, mein erstes Konzert waren die 12-Konzert. Du bist eh ein riesen Eminem-Fan. Das haben wir auch gemeint. Ja, wie kann man auch nicht. Also, weiß ich nicht. Mir fallen keine Argumente dagegen ein. Und dann, Andreas, du hörst natürlich auch gern Rap, was viele nicht wissen, ist ... Ja. Du rappst ja auch. Ach ja, stimmt. Ja gut, das ist so ein bisschen Zeit-Hustle, wo man mal so 200 Euro im Jahr verdient. Ähm, aber ich war ... Mein letzter Splash war 2014. Da waren damals die Diplomats da, was eh schon so ein Nostalgie-Act war 2014. Natürlich waren alle Diplomats angekündigt und es kam nur Cameron. Und dann stand ich an der Bühne und dachte, okay, ich geb mir jetzt noch mal Best of Cameron. Und dann kamen so zwei jüngere Mädchen, die dann so meinten ... Und das war relativ leer natürlich vor der Bühne, weil 2014 sich keiner mehr für Cameron interessiert hat. Und die meinten dann so irgendwann, ja, ich glaub, das ist hier eher für die älteren Leute. Und sind dann so weitergegangen. Dachtest du, okay, ja, das ist meine Einordung in Hip-Hop grade. Ja. Aber ey, ich find Dipset immer noch gut. Kann man noch hören, ja. Es ist schön, hier einfach mal so eine kleine Rap-Runde zu haben. Ähm, wir wollen aber heute auch zocken. Und es geht auch um was. Denn jeder von euch hat auch einen Wetteinsatz mitgebracht. Ihr da draußen könnt auch abstimmen. Und zwar alle, die mitmachen, ihr könnt uns eine Insta-Story schicken. Mit dem Hashtag Next Level. Und alle, die da mitmachen und einen Tipp abgeben. Welches Team heute gewinnt, die können auch was gewinnen. Zum Beispiel könnt ihr eine ... Ich wollt schon sagen, eine Telefonkonferenz. Das war heute Mittag. Yay! Ihr könnt um 14 Uhr eine Zoom-Konferenz mit der Marketingabteilung. Nein, ihr könnt auch teilnehmen. Ihr könnt eine private FaceTime-Session einmal mit Achti, einmal mit Savas gewinnen. Und was noch, Andreas? Ja, wir bringen natürlich von Rocket Beans noch einen Merch-Gutschein für euch. Und da könnt ihr euch mit Merch von Rocket Beans eindecken. Und ihr habt auch noch was mitgebracht, glaub ich. Äh, ja, mitgebracht könnte man sagen. Wir haben natürlich Splash-Tickets dabei. Geil. Wenn's irgendwann mal wieder. Nee, 2021 ist das eigentlich das ... Ich weiß nicht, man sieht's jetzt, glaub ich, grad nicht. Aber da hinten ... Ja, richtig, 2021 ist schon im Planung. Das ist das Line-Up, ist ganz okay. 2021 ist schon im Planung. Und das Line-Up ist auch relativ hoch. Ich dachte, das sind die Gäste für die nächste Sendung. Ähm, okay. Und dann gibt's aber noch einen ... Man muss mal ganz kurz erklären. Wir spielen hier drei verschiedene Spiele. In unterschiedlichen ... Wir wechseln unterschiedlich durch. Am Ende wird es einen Gewinner geben. Für jedes gewonnene Spiel gibt es einen Punkt. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt dann die heutige Sendung. Wir haben ja verschiedene Sendungen mit verschiedenen Gästen. Und am Ende ... Wie viele Folgen gibt's? Acht. Acht in der ersten Staffel gibt's acht Folgen. Am Ende wird es also einen Hauptgewinner geben, der dann entweder Team Rapper, Team Splash oder Team Rocket Beans ist. Und je nachdem, wer am Ende dieser acht Sendung die meisten Punkte gesammelt hat, gibt es dann auch noch mal unterschiedliche Verpflichtungen beziehungsweise Wetteinsätze. Wenn das Team Rapper gewinnt, heute, wie gesagt, vertreten durch Savas und Achti, dann gewinnt ihr pro Rapper fünf Minuten Sendezeit hier auf Rocket Beans TV. Da können die Rapper machen, was sie ... Also ... Sie kriegen fünf Minuten Sendezeit und können auf jeden Fall sich austoben bei uns auf dem Sender, ob sie dann das neueste Video zeigen oder was auch immer machen. Das macht dann bei ... Wie viele Rapper sind das dann? Machen wir dann acht Rapper? Die gelten als Team dann. Also acht mal fünf, kein Mensch weiß, wie viele Minuten das ergibt. Aber das gibt's dann eben als Preis. Wenn das Team Splash gewinnt, das find ich auch einen sehr interessanten Preis, dann habt ihr gesagt, gibt's Freibier auf dem Splash. Dann gibt's Freibier auf dem Splash. Für alle. Ähm, ich kenn die Menge nicht. Ich denk mal, sie wird mit den Punkten skalieren, wenn ich's richtig verstehe. Auf jeden Fall, ja. Es wird einfach für alle Freibier ausgeschenkt. Ich mach mich hier quasi grade, dass ihr auf dem Splash freisaufen dürft. Wie viele Leute gehen so auf Splash immer so? Boah, das kann ich dir gar nicht aus dem Kopf sagen. Einige. Zehntausend? Mehr? Mehr. Zwanzig? Zwanzig. Alter Schwede. Okay. Vielleicht sollten wir einfach Splash gewinnen lassen und gucken, was passiert. Und, ähm, was passiert, wenn Rocket Beans gewinnt? Ja, deswegen können wir natürlich nicht die anderen Teams gewinnen lassen. Denn, wenn wir tatsächlich gewinnen, dann gibt es Bühnenzeit auf dem Splash 2021 für Rocket Beans, die wir frei nutzen können. Wir können da rappen, wir können Musik machen, wir können auflegen, wir können auch irgendeinen anderen Schabernack machen. Und wolltest du mich dann immer mal beim Splash auftreten lassen? Die ist doch geil, oder? Ja, wär nicht. Du kannst Lell performen. Ja, ich kann alles Mögliche machen. Niemand kann uns stoppen. Eddie kann auch rappen. Ja, wer ignoriert hat, was du gesagt hast. Was? Ja, okay. Hat er aber gut gemacht. Ja, hat er gut gemacht. Hat er gut ignoriert. Die Single heißt Lell, Linkschi auf Spotify. Wow. Ähm, okay. Wir kommen jetzt zum ersten Spiel. Und zwar schauen wir mal, welches das ist. Ich hab's ja schon verraten. Genau, dabei handelt es sich um Super Smash Bros. Das heißt, auf der Switch. Und wir spielen eins gegen eins gegen eins. Also von jedem Team wird einer antreten. Ähm, wer tritt bei euch an? Ach so, das sollen die Leute wählen, ne? Okay, das wählt ihr einfach. Ähm, okay, ja, gut. Dann dürft ihr wählen, wer beim Team Rocket Beats antritt. Ihr dürft's aber entscheiden. Wer tritt bei euch an? Ähm, ich trete an, ähm, weil ich in dem Spiel, was ja nachher noch spiel, noch schlechter bin. Deswegen wird das jetzt mein Patrick geil. Aber hast du nicht, also ich bin nicht zu viel verstanden, aber hast du nicht eben gesagt, ich bin gar nicht so gut in dem Spiel, wie ich dachte? Ja, aber ich hab ja das andere Spiel auch schon angespielt. Und da war ich genauso schlecht, wie ich dachte, dass ich darin sein würde. Deswegen ist das jetzt noch die bessere Option. Aber ich find, in den Trainingssessions sah das zumindest nicht so schlecht aus. Ich rechne da eigentlich, dass du ganz gute Chancen hast. Okay, und dann beim Team Savas und 8-4, wer wird bei euch Smash Bros. zocken? Kannst du die Leute nicht auch entscheiden da? Sollen die Leute das auch entscheiden? Nee, entscheidet ihr das. Wir machen Schnickschnack-Schnucke. Alter, du hast gewonnen. Was heißt das? Was heißt das? Der Gewinner muss oder der Gewinner muss nicht? Das spiel ich gern. Okay, du spielst es. Okay, also Savas tritt schon mal an für das Team Rap. Und Lisa tritt an für das Team Splash. Und das Voting starten wir jetzt für Nasti. Gegen Andreas, wo ist das Voting? Bist du da gut? Ja, ich seh's schon. Ich seh's schon. Ja, Nintendo ist natürlich... Okay, also da seht ihr, ihr könnt abstimmen. Und wow, das ist ganz schön spannend, wer das wohl gewinnen wird, dieses Voting. Wir machen eine ganz kurze Werbung und danach geht's hier los mit der ersten Disziplin Smash Bros. auf der Switch. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind zurück bei Next Level, dem Rap-Battle mit Videospielen. Und das Voting ist abgeschlossen. Und wir schauen mal auf das Ergebnis. Spannend. 63,3 Prozent haben für Nasti gestimmt. Und die sitzt auch schon hier und hat sich auch schon einen Charakter ausgewählt. Wir spielen Smash Bros. auf der Switch. Keiner von euch kennt das Spiel wirklich. Du hast, Lisa, schon mal den Vorgänger gespielt? Nee, auf Nintendo 64. Okay, lange her. Nasti, kannst du's ein bisschen? Ich meide diese Art Spiele, weil ich dann keine Freunde mehr hätte. Okay, cool. Und Savas, du kennst's auch nur vom Training-Sash. Ich kenn's auch nur vom Vorhin einmal Hallo sagen. Okay, cool. Die Regeln erklär ich trotzdem noch mal ganz kurz. Jeder von euch hat zwei Leben in diesem Spiel. Wenn er die verliert, ist er raus aus dem Match. Wenn nur noch einer übrig ist, hat er die Runde gewonnen. Wer zuerst zwei Runden gewonnen hat, gewinnt die Disziplin. Also wir spielen ein Best of Three dementsprechend. Und, ähm, ja, Ziel des Spiels ist es sozusagen, die anderen aus der Arena zu hauen. So, mehr weiß ich auch nicht über Smash Brothers. Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Genau, wir schauen uns mal ganz kurz die Steuerung an. Also kurz aufgepasst, da seht ihr sie. Angriff, mächtiger Angriff, springen, Schild, greifen. Gibt's noch Fragen, Savas? Nö. Gut. Dann, würd ich sagen, top, die Werte gilt. Macht einfach mal alle ready. Ready or not? Ja, okay. So, könnt ihr euch noch eine Farbe auswählen? Nee, die Farbe ist grün. Sorry. Muss ich auch noch was drücken? Okay, ich glaube, ihr habt's geschafft. Und los geht's. Oh, Goddammit. Kann ich aufstehen währenddessen? Nein, ne? Okay, ihr seht's da oben auch. King R. Cool. Nee, wie heißt er? King K. Rool. Ist Savas. Dann sehen wir, ähm... Wie heißt der Fuchs nochmal aus Star Fox? Star Fox. Dann sehen wir, ähm, Lisa mit Star Fox. Das andere ist Mario aus Mario. Und den anderen kenn ich nicht. Hab ich noch nie gesehen. Ah! Ja, Smash Brothers ist natürlich... Was zur? ...so ein Spiel... Nein, nein, nein. Da trennt sich schnell die Spreu vom Weizen. Es ist auch ein Nachteil, wenn man sehr kleinen Charakter ausgewählt hat. Alter! Und den anderen einfach nicht sieht. Ich hab mir sagen lassen, das Spiel ist sehr gut ausbalanciert. Es gibt theoretisch nicht wirklich Unterschiede. Allerdings gibt es sicherlich Charaktere, die einsteigerfreundlicher sind als andere. Boah! Aber wir sehen hier, Savas mit dem dicken Boxhandschuh. Boah, aber meiner ist super slow und mega lame, wirklich. Och. Aber du bist erst bei null Prozent, wie ich das sehe. Da unten seht ihr diese Anzeige, die Prozentanzeige. Also, ich würde sagen, ich hab gewonnen. Ich hab keine Ahnung, wer gewonnen hat. Du hast gewonnen? Ich bin nicht gestorben. Das heißt, ich hab gewonnen, oder? Das könnte das heißen, Nasti. Es ging sehr schnell. Ich wollte gerade noch loben, dass Savas bei null Prozent ist, aber da war er schon kaputt. Okay, Nasti hat einen Stern da unten. Sehen wir es bei Mario. Also, Nasti hat diese erste Runde gewonnen. Oh Gott, oh Gott, warum bewegt sich das Level? Wieso kann man nicht rennen? Wie rennt der? Shit, Alter. Ich glaub zweimal in eine Richtung. Oh Gott. Mach's aber, Stabby, gib die. Ja, Dicker, warte mal. Wie springt der noch mal? Ähm, Y. Gerade eben noch, Dicker. Oh Gott, ey. Meiner ist richtig lame, Alter. Geht weg, alle. Aber dafür, wenn er erst mal trifft, macht es richtig Aua. Mein Charakter kann überhaupt... Nicht aus dem Bildschirm raus. Das gibt immer auf jeden Fall Minus. Warum komm ich da nicht hoch? Um Dash zu benutzen, auf jeden Fall. Oh Gott. Star Fox ist erst mal schön in den Abrund gesprungen. Das Level ist Hass. Warum habe ich eine Waffe, wenn ich sie nicht benutzen kann? Zweiter Platz, Digga. Oh Gott, shit, shit, shit. Okay, nicht in den Abrund springen. Tschüss. Okay, Nasti ist doch Havro-Gamerin in diesem Spiel. Erste Runde schon gewonnen. Ich hasse meinen Charakter, Alter. Du kannst jetzt, äh, Glas 9, nichts. Tillis tut es leid. Nachdem geht in Führung. Ja, du kannst jetzt gleich nochmal... Meiner ist so fürchterlich langsam einfach. Drück mal irgendeiner was. Ich mag es, wie ironisch mein Fox so... Nee, warte mal, kann man da in den Jumbo rausgehen, nochmal Charaktere wählen? Nee, das ist... Geht nicht? Okay, dann muss man mal mit dem Blödsinn hier leben. Oh Gott. Oh boy. Schön Nasti. Genau in den richtigen... Oh, halt doch mal. Oh Gott sei Dank. Der doch. Okay. Well... Ach, ihr bleibt jetzt bei den... Naja, jetzt wechsle ich nicht durch. Winning Team. Okay, Captain Falcon. Das habe ich wegen Achti, er hat mir dazu geraten. Der ist krass oder was? Nö, ich glaube, er weiß auch nicht, ob der krass ist. Aber er meinte, guck mal, der ist geil. Er meinte, der sieht geil aus. Der ist auf jeden Fall aus F-Zero. Falls das noch jemand kennt vom Super Nintendo. Oh, Alter. Und dann sehen wir Mewtwo. Ist das... Kennt sich jemand aus mit Pokémon Achti? Ja, auf keinen Fall. Großer Pokémon-Fan? Nein, gar nicht, Diggi. Nee, okay. Ich bin stolz, du Bruder. Skinny? Ja. Mewtwo, krass. Nein, 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 nein. Mewtwo, krass, ist da Pokémon oder was? Wusstest du, dass es Shiny-Pokémons gibt? Klar. Okay, cool. Ist dir da mal was Unangenehmes passiert, Etienne? Nö. Ja, das kann mich ja nicht zahlen. So, Nasti, konzentrier dich jetzt mal bitte auf dein Spiel. Ich versuch's. Fuck, ey. Was ist denn dieses Ziel hier, was da so steht? Alter! Oh, Entschuldigung, ich musste kurz aufstehen, das war sehr wichtig. Was passiert denn? Warum? Was ist das denn? Ey, ich glaub nicht, dass irgendwer Mensch das ernsthaft kontrollieren kann. Oh Gott. In Amerika gibt's richtig, wenn ich in Amerika eine richtig krasse Insoziere mit dem Spiel. Voll die Farge. Also, das kann man schon mastern. Nee, du bist schon ... Ah, nein, 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 spring doch, Mario! Aber du hast gleich noch mal ein Leben. Ich weiß es nicht, aber ich hab's ... Sie nimmst die ganze Zeit nur Items, Lisa. Ja, Gott, ich danke, Till, das ist mir nicht aufgefallen. Oh Gott. Ihr müsst euch schon auch kloppen, ne? Ja, du, I try. Alter. Ich wüsste einfach gerne ... Das ist ein Summon aus Final Fantasy. Wenn man sich die Stage anguckt, dann wird man feststellen, dass es hier eine Final Fantasy-Zen-Map ist. Ah, nein, nein, nein. Nice. Was ist das? Wuhu. Oh, shit. Wieso sind denn da jetzt drei? Weil sie ne Box genommen hat? Ganz absichtlich auch. Das hatte ich so geplant für mich. Shit! Nimm doch den! Trink schnell, trink viel. Warum? Ah! Das heißt, Alter, Gott, du lebst immer noch. Wieso kann ich das denn nicht? Warum kann ich das denn nicht? Weil es meins ist! Oh mein Gott. Okay, richtige Aggro-Vibes hier. Was? Was war das? Wer hat gewonnen? Ich! Natürlich. Geil. Krass. Natürlich. High five. Oh, sorry. Das ist einfach nicht kontrollierbar. Das ist echt unsympathisch. Immer dieses, ja, ich kenn dieses Spiel. Ich hab das noch nie gespielt. Ich hab das auch nicht. Oh mein Gott. Alle Becken holen es jetzt, glaub ich. Ja? Ah, no. Best of Three hat Nasty eh schon gewonnen. Komm, Sarvash. Ich geb doch mein Bestes, Dicker. Oh, was war das? Alter, wow, wow, wow. Okay, okay, okay. Die chillen da oben, oh. Nein, nein, nein. Versuch mal irgendwie so eine Art Feuerball. Kennst du so Feuerball Streetfighter? So Steuerkreuz, so Halbkreis und dann Schlag und so. Dann macht der irgendwelche Special Moves bestimmt. Ich hab keine Ahnung, was ich hier sag. Ja, es gibt doch auch Special Moves. Wie löst man so was? Ja, aber das weiß doch auch, Dieter, niemand weiß, wie das geht, Alter. Niemals! Jetzt hast du zum Beispiel da irgendwas... Ah, ah, ah. Alter, was geht ab? Okay. Okay, warum? Alter, Digga, du bist am Start, Bruder. Genau, und wenn man da so runterfliegt, dann kann man wieder irgendwie auch zurückfliegen auf die Plattform. Alter, ich blicke überhaupt nichts. Okay. Ah, nein, warum spring ich denn an seinen Scheißen? Renn doch, Mann, du rund... Nein, 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 nein. Oh Gott. Du bist noch am Start, du bist noch am Start. Du kommst doch mal wieder. Alter, er hat mich rausgekickt. Alle null leben. Echt. Alter. Das ist eine heiße Runde, Alter. Ja, aber Lisa leider schon 115 Schaden. Ja, wir gehen... Bleib, bleib, bleib! Oh Gott. Nice. Bin ich raus? Bin ich wirklich raus? Ja, du bist raus. Das ärgert, ja. Können wir nicht noch schnell irgendwie Warzone reinlegen oder so? Nee. Alter, was war das denn? Meinst du es nicht? Ja, das war mega geil. Okay, jetzt wird es aber spannend. Wenn Nasti das hier gewinnt, Lisa, dann war es das schon mit dieser Disziplin. Goddammit. Warum? Nein, nein. Was ist das für eine scheiß glückliche Musik? Oh, die nervt so Sailor Moon Intro ein bisschen, ne? Das ist J-Pop. Macht mich aggressiv. Nein, stop it. Oh, oh, oh. Wie schnell. Was ist los mit dir, du bist ein Papa, weißt du? Alter. Nein, Alter. Nice. Er ist immer noch da. Ah! Wie machst du das, dass du immer wieder zurück springst? Weiß ich nicht, ich springe einfach nur um mein Leben. Das weiß ich nicht, das nimmt dir wirklich keiner mehr ab jetzt hier. Aber das Flash-Tier, das hat auch voll die geilen Moves, Alter. Das ist einfach so. Oh, fuck! Guck mal, guck mal, guck mal. Oh, oh, oh. Okay, was geht ab jetzt? Okay. Ich weiß nicht, aber es fühlt sich richtig an. Da hast du irgendwelche komischen Moves drauf. Nein, ich drücke einen Knopf. Drückst du wirklich alles nur mit einem Knopf? Ja. Komm schon, hast du ihn. Ja, ich bin doch dabei. Ach so, okay. Dann zieh ich das zurück. Alter. Oh, fuck, ey. Hör auf zu springen. Oh, fuck. Wie geht das denn? Warum war das so denn ein scheiß Pokémon? Du bist doch schon verkacktes Pokémon. Meine Freunde, okay? Nein, 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 nein. Alles meine Freunde hier. Ich hoffe deine Freunde. Nein, was biebt mich einfach weg? Oh, dummes Arschloch. Nice. Ey, ey, ey. Entschuldigung. Natürlich machen wir jetzt noch eine Runde, was cool ist. Ey, bin ich jetzt noch drin? Du bist jetzt wieder am Start. Mir ist warm. Da Nasti nicht gewonnen hat, geht es weiter. Danke, dass du verloren hast. Ja, kein Problem. Neue Stage. Oh, ich liebe es. Gott. Alter, Lisa. Was ist das für ein Move mit dem Schwanz da? Ich kann ja ein bisschen, ich kann ja ein bisschen ablenken. Nasti, erzähl doch mal so ein bisschen, was machst du gerade bei Game 2? Ich mache einen super coolen Beitrag, wo du auch drin vorkommst, ne? Ehrlich? Ach, die Geschichte. Ne, lass uns da mal rein. Ein bisschen Wahl. Weiß ich nicht. Zu welchem Spiel denn, Nasti? Ähm, Mortal Shell heißt das. Mortal Shell. Ist das gut? Ne, nicht so meins. Ne, nicht so meins. Ich bin ja nicht so Dark Souls Fan. Warum ist hier eine Pokémon Party? Alter, warum bin ich runtergefallen? Nein, das ist, das ist die Frage. Du bist aber noch am Start. Ah, 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 ah. Alter, was geht bei euch ab? Geh rüber, geh rüber, geh rüber. Nein, nein, nein. Ey, Schwester, das gibt's nicht. Nein, was war das für ein Punch? Sorry. Sabas, du bist raus. Ja, wie immer, Alter. Dieses Runterfallen, das ist ja so unglaublich nervig, Mann. Tut mir leid. Scheiße. Bist du mir da jetzt? Ich frage mich, warum die nicht runterfallen? Warum falle ich die ganze Zeit runter, aber die beiden nicht? Viva Conagra nicht abkleben. Wo bist du? Bist du in den Hintergrund gerade gesprungen? Warum bist du klein? Ich weiß es nicht. Ich kann mir diese Frage nicht beantworten. Was, warum habe ich einen scheiß, habe ich einen Pilz genommen? Was geht ab? Alter. Ja. Wie viele Pokémon sind denn da jetzt? Ja, es ist die scheiß Pokémon. Aber machen die auch irgend... Ja, anscheinend. Die feuern dich an. Du hast echt ein gutes Album da gemacht. Vielen Dank. Ich finde das Spiel voll absurd. Das ist mir eigentlich zu viel auch. Wir sind zu alt schon für den Shit. Aber das kann man wirklich lernen. Das ist jetzt nicht blindes Rumgedrückte. Nee, nee. Es gibt, wie gesagt, in Amerika gibt es da richtig krasse Turniere mit Preisgeldern und die wissen schon, was sie da machen. Warum nimmt das denn nicht? Warum hast du ein fucking Schwert? Aber ich glaube, als Anfänger ist das reines Button gemischt. Alter. Warum hat er nicht sowas wie Tekken genommen oder so? Weil wir ein Spiel wollten, wo alle drei gleichzeitig spielen können. Das kannst du bei Tekken. Achso, okay. Stimmt, ja. Aber es ist ja noch nichts verloren. Es kommen noch zwei weitere Disziplinen und vielleicht sogar noch ein Entscheidungsdisziplin, wenn es Gleichstand gibt. Also du hast noch die Chance, zurückzuschlagen. Was geht jetzt ab? What? Alter. Ja, I'm sorry. Wie bitte? Ich weiß auch nicht, was gerade alles passiert. Ich verstehe auch wirklich nicht. Oh Gott. Ja, scheiße. Warum? Okay, kann ich? What? 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 Was war das? Ich bin mir nicht sicher, was hier... Ich auch nicht. Ich verstehe aber auch nicht, wie ich, ähm... Wenn Nasti gewinnt, hat Nasti diese Disziplin gewonnen. Wenn Lisa gewinnt, müsste es noch zu einem dritten Battle kommen. Alter. Ja, ich hab ein Schwert! Jetzt nicht mehr. Scheiße. Alter Schwede. Bin ich wieder dabei. Du bist wieder am Start. Okay. Du kannst wieder mitspielen. Ich bin so eine richtige Phase, Alter. Okay, jetzt haben die Mädels jeweils einen Punkt. Savas hat noch keinen Punkt, kann jetzt aber noch mal... Er hat nichts. Er hat nichts, aber er kann jetzt alles noch mal. Und ihr müsst noch mal drücken. Oh mein Gott. Und ihr könnt auch noch mal neue Kämpfer. Nee, ich bin... Das wäre mein Traum. Captain Falcon war doch nicht so. Der ist ein richtiges Opfer, dieser Falcon, Alter. Nimm doch mal... Komm, mach mir einen Vorschlag, Alter. Na oben hier, nimm Samus. Oben der da. Soll ich jemand anders nehmen, Andreas? Die da. Wen? Sonic. Sonic? Boah, Sonic ist geil. Vielleicht hätte ich doch auch Sonic nehmen sollen. Sonic ist gut. Oder alle nehmen das Gleiche. Du nimmst wieder MeToo? MeToo, ja. Achso, ich dachte, MeToo hätte. Das wäre natürlich auch was. Alle nehmen das Gleiche, dann sehen wir den wahren Skill. Dann gibt's keine Ausreden. So, jetzt ist entscheidender, was? Dann blickt keiner mehr, was abgeht. Das stimmt. Dann geht's noch ewig weiter. Okay, cool, 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 cool. Ich hab aber das Gefühl, ich funktioniere nicht so gut in so farbenfröhlichen Umgebungen. Nein, 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 nein. Ey, wieso fall ich immer runter, Alter? Du kannst dich, äh... Du kannst dich, mit der Sprungtaste, kannst du wieder zurückkommen. Oh, ey, dein... Mit Y. Ja, müsste Y, ist es Y? Du kannst auf jeden Fall vom Rand, rechts vom Bildschirmrand, dich abstoßen und wieder zurückkommen. Nee, ich hab's auch vorhin schon mal gesehen, weil bei mir hat's noch nie geklappt. Was ist das? Was ist das? Alter. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich dreh mich einfach wie ein Wahnsinn. Irgendeiner hat ein schwarzes Loch auf jeden Fall. Schön. Für ihr. Noch sind alle drei am Start. Sonic kriegt grad ein bisschen aufs Maul. Nee, wie mach ich dieses Schwert? Naja, bleib da, bleib da. Oh, shit. Warum hab ich denn ne dumme Blume? Niemand will mir so dumme Blume. Sandro, gib doch mal Sama schon mal Tipps, was er für Special Moves machen kann. Lange gedrückt halten oder was muss man machen? Was ich mit dieser komischen Vitrine da so... In ne Richtung drücken und Angriffe höre ich aus der Regie. In ne Richtung... Ja, supergut. Ja, genau, siehst du, und jetzt hast du dich hoch... Hast du's gecheckt, wie du dich da hochgedingst hast? Uh, 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 warum steh ich denn in der Mitte bei euch? Bin ich wahnsinnig? Und die Prozentanzeige da unten zeigt quasi, wie leicht ihr seid. Also je höher die ist, stimmt das? Oder wie schwer man ist? Aber als hätte irgendjemand noch die Kapazität, sich da unten irgendwelche Anzeigen anzukommen. Ja, also mal am Ernst. Also das ist ja wirklich... Ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ich merk, ich bin richtig verrückt schon. Aber es sieht ganz gut aus. Goddammit, ey. Nein, 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 nein. Gechinxt. Wer hat gewonnen? Ich hab, glaub ich, gewonnen. Geil. Ich hab's auch nicht gewonnen. Ist auch immer gutes Zeichen. Matchball Nasti jetzt. Gutes Zeichen, wenn man nicht weiß, wer gewonnen hat. Es geht einfach auf einmal so viel ab. Okay, jetzt seid ihr... Oh, na super. Vor allen Dingen, wenn sich die Stage wenigstens nicht bewegen würde und irgendwelche Faxen machen würde, dann wäre das ja auch okay. Da ist eine Kiste ganz links. Wer wird sie sich schnappen? Zabash nimmt sie und wirft sie einfach weg. Ich hab sie einfach weg. Warum? Nicht! Boah! Alter. Weg mit der Kiste. Alter. Aber ich hab das Gefühl, Samus liegt dir auf jeden Fall schon ein bisschen mehr. Hey, Nasti, geh doch erst mal auf Lisa. Ey, ich muss ja erst mal irgendwie hier klacken. Nasti nimmt auf jeden Fall mal so die exotischen Videospielcharaktere, Mario und Sonic. Diese neuen Schuhe. Ja, diese abgefahrenen, endlich mal mit Sonic spielen. Endlich. Aber es sieht ganz gut aus. Oh, goddammit. Boah, was Savash hat gelernt, wenn die App kommt. Nuh, 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 nuh. Uh. Gib ihr. Ja, genau. Dann fällt man wieder. Bam. Dicker, ich hab null Prozent. Wie geht das denn, weil ich gerade wieder erst rein... Ja, weil du dein Leben da irgendwie... Keine Ahnung. Ja, niemand versteht das. Oh, Gott. Ich lasse mich alle in Ruhe. Ich finde, das Problem ist, dadurch, dass so viel passiert, man vergisst auch immer, wenn man mal gerade das Gefühl hatte, man versteht, was man tut. Oh, Gott, ich muss hier weg. Drück mal B, Savash, höre ich aus der Regie. Dann machst du einen Special-Angriff. Glaubst du mir, dass ich auch schon gar nichts mehr sehe, so richtig? Ja. Ich habe auch immer das Gefühl, ich habe gerade mal so Glück, dass ich noch weiß, was hier überhaupt... Nicht schubsen! Was ist hier los? Was war das? Wer hat gewonnen? Lisa hat gewonnen. Woher wisst ihr das? Verrückt. Es kommt einfach nur so ein Riesenstrahl, alle tot. Gott, damn. Dann ist es jetzt aber trotzdem Matchball. Oh. Wie ist immer noch nicht... Ich kann nie wieder aufhören! Nein! Oh, Gott. Es ist Matchball. Wenn jetzt Lisa gewinnt, dann hat Team Splash gewonnen. Wenn Nasti gewinnt, hat Team RBTV gewonnen. Und wenn Savash gewinnt, weiß keiner, was passiert. Dann bin ich einfach nur komplett geist. Danke für das Gerede. Was ist denn mit mir? Super unrealistisch ist. Das war doch Lisa. Ich weiß nicht, wie viele Stages das sind. Nee, dann hat Nasti beim letzten... Ja, das war ja gerade... Oh, guck mal, jetzt hier mit den... Raketen... Alter! Warte, wir haben schon mal so ein bisschen... Macht ihr mal euren Shit? Lisa macht das schon. Komm, Nasti, nicht für unsichern lassen. Ich... viel Prozent ist schlecht. Ja, viel Prozent ist schlecht. Ach, viel Prozent ist schlecht? Ja, ja, ja. Wenn du gefressen hast. Wenn du viel Prozent hast und von der Stage fällst, dann kommst du nicht mehr hoch. Alter, dieser dumme Schwanz-Move. Hallo? Ja, was sagt man denn sonst dazu? Ihr habt gesagt, wir sollen aufpassen auf unsere Sprache und jetzt höre ich sowas. Ganz ehrlich, ich... Ach, ja, sorry. Ich werde es nicht mehr sagen. Gott! Aber es ist tatsächlich wirklich ein Schwanz-Move. Ja, das ist es halt. Nein, 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 nein. Warum krieg ich denn immer diese scheiß Raketen-Pisse ab? Nein! Spring, 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 yes! Siehst du, bist zurückgekommen. Ich bin natürlich komplett unparteiisch. Ja, ja, mein Mann. Danke, mein Mann. Tut mir einfach mal ein bisschen leid. Schön, Nasti. Okay, Dicker, ich bin weg. Shit. Ich glaube, weil du wieder geredet hast, Mann. Hast du mir leid, weil ich es mag. Bitte hilf mir ohne reden. Na, jetzt ist eh vorbei. Jetzt ist vorbei. Jetzt scheitest du zwischen den beiden. Wart mal, bis du aufhörst zu blinken, ne? Ja, ja, gar kein Ding. Mach mal. Mach ich einfach hier mal so. Shit. So, hier. Echt, du sagst, wenig Prozente ist gut, ja? So wurde es mir gesagt. Ich weiß doch nicht, was ich hier sage. Total, was geht ab? Warum sind wir jetzt fucking fireworks? Nein, nein! Komm jetzt her und auf, rumzuspringen! Du wirst nicht, dass dein Schwanz niemals kriegen. So leichter kannst du rausgeballert werden aus der Stage. Oh, Alter! Aber warum kommt man manchmal noch mal wieder? Also, ich hatte bisher noch alle Leben. Ach so, du hast... Ach, das war jetzt ein verlorenes Leben. Sie! Ich hab... Ist okay, ich hab's auch erst nach der vierten Runde kapiert. Ich hab sogar selber gesagt, jeder hat zwei Leben. Ist okay. Alter, dieser dumme Schwanz-Move. Es tut mir leid, ich soll es nicht mehr sagen, aber es ist so. Es ist auf jeden Fall spannend, weil ihr habt beide auch gar keine Leben mehr. Wäre jetzt hier... Ach so, ich dachte, das ist gar keine Skills. Nein, das stimmt ja nicht. Warum dreht er sich denn nicht um? Ich weiß dir das! Gib es mir! Oh mein Gott! Nein! Nein! Ja! Nein, nein, ja! Bats! Nein! Komm schon! Und jetzt musst du quasi versuchen zu verhindern, dass... Nein! ... sie zurück auf die Insel kommt. Was ist das denn? Boah, das ist geil! Oh, fuck. Fucking kidding me, ey! Okay. Was war das denn? Das ist ja super dämlich. Du hast mich nicht getroffen, ne? Wann kann man diesen Special äh, ausführen, liebe Regie? Welche Leiste? Ach, da unten! Die bunte! Das sehe ich ja jetzt erst. Und welchen Knopf muss man dann drücken? B. Aber das kann dir egal sein, du wirst nie wieder spielen. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, wo das ist. Oh, shit, ey. Ich will aufhören. Das ist ein fürchterliches Spiel, wirklich. Jetzt hat ich auf einmal ein Laserschwert. Ja, du, Alter! Nein! Okay! Hammer! Und da sehen wir den Gewinner, Sonic. Und eine glückliche Gewinnerin. Nasti hat hier die erste Disziplin gewonnen. Aber knapp, knappe Kiste. Ein Punkt geht ans Team RBTV. Splashfest, wir kommen der Sache ein bisschen näher. Geil. Das ist dein Auftritt, Nasti. Ja, Mann. Geil, oder? Okay, dann gucken wir mal ganz kurz auf die Punktetafel. Haben wir eine? Hatten wir, glaube ich, gerade eine Zeit. Also, habt ihr gerade eine Zeit? Scheißegal, zeigen wir noch mal. Da sehen wir jetzt noch mal einen Punkt für die Heimmannschaft. Alles klar, dann darf ich euch drei bitten, einen fliegenden Wechsel zu machen. Ihr geht alle drei mal rüber in die Lounge und die anderen drei kommen her für die nächste Disziplin. Sorry, Dika, ey. Alles gut, ruhig. Und was die nächste Disziplin ist, ist das denn hier? Ich glaub, es gab einen Zählfehler. Aber ... Oh Gott. Alter. Oh Gott. Towerfall Ascension. Okay. Ein sehr beliebtes Beef-Spiel hier auf dem Sender, bei dem es darum geht, den Gegner mit Pfeilen abzuwerfen. Hier unten, Skinny, ist dein Pet. Aber das ist ein Switch-Controller. Das ist korrekt. Du spielst auch. Aber ihr spielt gar nicht auf der Switch. Ich hab Scheiße erzählt. Da kommen die Controller. Die kannst du wieder weglegen. Ich hab jetzt Konzerte. Und, ähm, Dankeschön. Genau, ihr könnt euch erst mal einen Charakter auswählen. Alle außer dem Roten, glaube ich. Den Roten darf man nicht nehmen, weil öffnet ihr irgendein Dimensionsportal. Ich hab mir Pink gewünscht, die Cam-Rom, Digga. Auch. Sehr gut. Und, ist das richtig? Okay. Ey, Tygo, was geht so gerade so? Tygo ist grad live. Achtung, es geht schon los. Ach so, geht schon los? Ganz kurz zu regeln, wir spielen hier auch wieder Best of Three. Eine Runde wurde gewonnen, wenn man acht Punkte gemacht hat. Also quasi acht Fracks, achtmal den Gegner abgeschossen, dann habt ihr eine Runde gewonnen. Ihr werdet's sehen. Wollen wir ... Scheiße. Random einfach? Ja, mach einfach random. Und dann ... Das Spiel erklärt sich von selbst. Ach du Scheiße. So, findet erst mal raus, wer wer ist, welche Farbe jeder ist. Geht aber schon los jetzt, ja? Ich geh direkt voll rein, Leute. Auf jeden Fall voll rein, Digga. Okay, wer ist denn welche Farbe? Ich bin blau. Okay, Andreas ist blau. Oh, so nehmlich. Skinny, welcher bist du? Orange. Nein! Die Bombe! Doppeldings. Scheiße. So, Skinny ist orange und Achti ist, keine Ahnung, wir sind ... Pink, genau. Nein, er hat mich gebombt. Gar keine Punkte. Scheiße, ich hätte gestorben. Scheiße. Gott. Nein! Okay, bei dem Spiel muss man auch immer ein bisschen achten, dass die Ballistik der Pfeile ... Wo kam der denn her? Der hat wieder runtergefallen. Hier kann man's nicht ... Drück mal nicht weg, dann siehst du's. Während Ede sagt Ballistik, Alter. Siehst du? Ja, bei dem Spiel muss man die Schwerkraft mit rechnen. Der ist P3. Ich weiß, was die Schwerkraft tun kann. Du hast keine Vorstellung, was die Schwerkraft tun kann. Hey, Digga. Und was wichtig ist, ihr seht, die Anzahl der Pfeile, die ihr schießen könnt, seht ihr über euch. Ihr könnt die Pfeile wieder einsammeln. Wir müssen auf Skinny gehen, Digi, ohne Scheiß. Ja, Mann. Wer ist das nochmal? Ist das der Ohr? Wer keine Pfeile mehr hat, kann nicht mehr schießen. Also einfach nur wild rumspammen. Nein. Das muss man taktisch benutzen. Und die Pfeile wieder einsammeln. Die Pfeile wieder einsammeln, die in der Wand hängen. Auch mit Schild einfach. Alter. Weiß ich das? Das weiß niemand. Wir gucken ja aufs Replay. Was war das denn zum Besten? Da ist ein Schild, eine Bombe. Und dann hat die Bombe es am Schild abgeprallt. Ehrlich jetzt? Okay, keiner hat irgendwie einen Punkt gekriegt. Wow. Aber Skinny führt nur mit zwei Punkten. Okay. Alter Skinny, Digga. Das in der Mitte könnt ihr nehmen. Nein, obwohl. Da ist noch einer. Es geht weiter. Er hat da auch das Schild. Es geht noch weiter. Ich sehe, ich lebe noch. Gar kein Problem. Das sind so Gegenstände, die ihr einsammeln könnt in der Mitte. Rote Pfeile, Backe Pfeile. Alter Schwede, voll in die Offensive. SFM, Baby. Hast du gesehen? Wow. Okay, erster Punkt für Achti. Ja. Das ist gut. Lass mal zuerst jetzt auf Andreas mit Schild draufgehen. Scheiße, Alter. Oh. Alter, das geht nicht. Du bist ein kleiner Fuchs, Digga. Das geht nicht, Alla. Sieht man, dass du so viel gezogen hast. Guck mal hier, da sehen wir. Zack, kleiner Fuchs, ne? Sag mal. Digga, komm, wir beide müssen hier jetzt. Rechts oben ist der Feind, dass du Bescheid bist, Bruder. Komm ran. Komm ran. Versuchen Sie mich zu vereinigen. Oh, ja. Das hat schon den Eindruck erwischt, wenn man die Pfeile einfach nur hoch in die Luft zieht. Hast du gewonnen? Pass auf, Zeitlupe, Zeitlupe, Zeitlupe. Was ist los mit Diskin? Scheiße, ey. Diese Bomben kamen. Manchmal kann es auch eine gute Taktik sein, einfach rauszuhalten. Recht unten. Und zu verstecken. Oh, Alter. Komm, Skinny. Oh, shit. Pfeile sammeln, du hast keine Pfeile mehr. Ich? Ja. Auf seinen Kopf kannst du ausspringen. Oder kannst du auch draufhüpfen, wenn du auf den Kopf hüpfst. Ja. Das gibt's doch nicht. Kaum sagt man es, da ist der zweite Punkt. Alter. Hauptsache Beats verlieren erst mal, damit wir nachziehen können. Timon, siehst du das, wie ich dich vernasche hier, Digga? Das ist doch gut. Nein. Da kann man nicht durchgehen. Oh mein Gott. Wie ist der denn jetzt auf meinem Kopf gelandet? Sag mal, ich hol das Ding nach Hause, Bruder. Yes. Skinny, was ist denn los? Die haben Schild am Anfang, weil die Geld mit dem Führer haben. Oder was soll die mir zählen? Fieh mir einen Job, Alter. Deswegen versuche ich mich zusammenzuhalten und dann abzustauben. Ich bin tot. Sehr gut. Erster Punkt für Andreas. Peinliche Nummer. Anni, war ein bisschen klein. Das war mein Album. Ey, Anni, wir müssen zusammen spielen, Digga. Ja, ja, ja. Stimmt. Was geht ab? Anni! Die Stage wird enger. Okay, okay. Du bist noch am Start, Skinny. Oh, du hast ja schön Andreas weggebracht. Ey, Skinny ist so gut, die Bazzille, Alter. Scheiße, ey. Die Bazzille. Sie hat ja eigentlich eine Krone auf. Okay, schon fünf Punkte. Und Anni, du bist Rapper. Andri auch, du bist Rapper. Ja. Ja, ja, ja. Oh, Edchen hat sich sogar auch... Was auf, was auf! Du hast mich verfl Laraht. Gut, dass du fragst, aber Linkschi auf Spotify. L-Scheiß? Linkschi. Yes, Digga. L-I-N-G-S-C-H-I. Shit, Mann. Du hängst mir auch nicht mal am Arsch. Der Song heißt Lell. Lell. Oh, wow. Wofür steht Lell? Oh, wow. Das ist eine Variante von lol. Die was? Lol. Ja, irgendwas muss man damit tun, aber was? Ganz, 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 das ist das Gleiche. Ich muss nicht aus dem Verkehr zu. Ganz, das ist ja nochmal, Digga. Lell ist das Gleiche wie Lol. Das ist okay. Komm, mach ihn nackig, Digga. Ich weiß nicht, warum. Ey, wie frech das man nicht runterfallen kann. Das ist richtig frech. Vielleicht solltest du deine Single nochmal überdenken. Also vom Namen her. Wär ich grad von Savas gedisst? Nee, im Gegenteil. Ich mach mal Werbung. Sonne Misch! Das gibt's doch nicht, Digga. Könntest du den Song rappen, während du spielst? Der hat ja so schon die wenigsten. Anstrengig, Skinny, das geht jetzt nicht. Ja, jetzt geht's nämlich zur Sache. Wie viele Punkte hast du? Sieben? Ich hab gesehen, wie ich die rasiert hab, Bruder. Oh, man kommt mal auf Slowmotion. Ich hab dir zehn Stück in den Gött gehauen, Bruder. Hast du's gesehen? Das hat die Kamera gar nicht gesehen, Digga. Sieben Punkte hast du schon. Das ist ein Match. Ihr müsst auf Skinny gehen, auf jeden Fall. Müsst ihr nicht, lasst euch doch nicht, du bist doch neutral, dachte ich. Ja, natürlich, aber im Sinne der Sendung natürlich, ne? Also, mir ist das ja völlig egal. Unserendiger. So, pass jetzt. Ey, so Skinny ist auch nicht. Ja, ich bin toll. Das ist einer unsichtbar. Ey, jetzt hast du mich Andi hier von der Seite, Alter. Fuchs, Alter. Okay, gut. Lasst ruhig mal die Replays, nicht so schnell wegdrücken, damit wir sehen, was passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal sehen will. Das hat Schauwerte. Scheiße, ey. Ja, genau. Du hast doch eins. Ach, Achtung, von oben kommt er, von oben kommt er. Schnell weg da. Nein! Andi, du Vormann, Alter. Andreas rollt von hinten auf, jetzt gleich auf. Komm schon. Mit Achtung. Ey, ist das spannend. Wir müssen auf ihn rauf, Digga. Er kommt, er kommt, er kommt. Ohne Scheiß, vergesst mal Champions League, Alter. Was ist denn jetzt? Komm, Javi! Ja! Ich glaub, das wird unglaublich lang. Ich glaub's nicht, Digga, es ist das beste Spiel. Und ich hab zwei, vier Jungs noch nicht vergesst. Alter, ich hab noch eine Führung, was? Ja, siehst du mal, Digga. Andreas holt das Ding noch. Weil ihr diese Dreckschilde habt, diese Dreckschilde sind so unfair. Nicht immer weg! Schieß doch nicht immer auf mich! Ihr seid so ne V-Männer. Ihr V-Männer, Digga. Andreas rollt das Feld von hinten auf, Alter. Guck dir das an, was der gemacht hat. Ich klicke Andi jetzt auch, jetzt reicht. 7-7. Boah, was, Digga? Jetzt gibt's Kriege. Wie viel sind denn das? Der Quatscher, das geht richtig schnell. Nein! Als erstes auf jeden Fall. Andreas weg. Als erstes Andreas weg. Das heißt, dieses ... Das ist übrigens ein Scheiß. Ich hab mich selbst gewickt! Ja, hat er. Mit diesen scheiß Dornenpfeilen! Kann man nicht anders sagen. Der Hip-Hop Big Boss hat die Runde mal kurz gemacht. Scheiße. Es ist verdammt knapp. Es ist verdammt knapp. 5 zu 6 zu 6. Alter. Komm, Achti, hol dir noch den Punkt. Nein, das ist unnötig. Komm, Achti, du schaffst es. Ja, machen wir mit der Ruhe, Jungs. Nix wird geschaffen. Du kannst auch von unten nach oben da durchschauen. Boah, der war ganz, ganz fiese Nummer, Digga. Yes! Ich hab ihn gefangen. Er lebt noch. Er lebt noch. Ich hab ihn trotzdem verkackt. Ach, die hat das Ding nach Hause, Digga. Okay, Mensch, Digga. Das ist kein Spaß. 6 zu 6 zu 6. Alles, Alter. Was geht hier ab, Mann? Das ist das für ein Krimi. Yes! Geil. Ich hab das nicht. Ach, die wird immer besser. Salmo, siehst du das Ding? Ich komm das Ding nach Hause, Baby. Nein! Ja! Salmo! Der Sieg ist für dich, Baby. Nein, nein. Wer ist denn der Popmann jetzt eigentlich? Hä? Alle außer ich, Bruder. Alle außer ich. 7 zu 6 zu 6. Ach, die geht jetzt hier in Führung. Kann jetzt hier alles dran machen. Ich denk, ich hab gewonnen, Bruder. Ich hab sogar gewonnen. Einen brauchst du noch. Ist das euer Herz? Ja. Du brauchst noch einen. Du hast keine Pfeile mehr. Und Betz, bist du tot. Ehrlich jetzt? Ihr seid... Nein! Guck, da ist der Punktestand. Einen brauchst du noch. Ich hab nur Mikrofon angehauen. Egal. Jetzt kommt's ja drauf an. Wer ist denn der... Okay, ich denk, ihr seid schlau, ja? Nee. Kommt mal her. Hebt die Pfeile auf. Scheiße. Yes! Was ist passiert? Ich hab doch geschossen. Du hast geschossen? Skinny hat's gemacht. Skinny hat's gemacht. Das ging auf meine Kappe, Digga. Der hat's die Runde gewonnen. Alter Schwede. Der hat mich noch gar nix gemacht. Guck mal, der hat das gemacht. Nee, Mann, wir haben uns selber gekehlt. Er hat sich einfach zurückgehalten. Das ist, was ich die nicht mag. Ich dachte, der Pieper. Wow. Die haben sich gegenseitig ausgeschaltet. Aus dem Hinterhalt. Ich nehm den, aber... Ihr habt euch gegenseitig ausgeschaltet, deshalb profitiert Skinny. Es ist erster Punkt für Splash, aber es kommt noch eine zweite Runde. Wir spielen ja Best of Three. Jetzt müssen wir zusammenspielen. Boah, aber das... Der muss den zweiten Punkt machen. Der tropft das Gelutsch, Anni, Digga. Hier sind immer noch mal ein paar Statistiken. Jetzt gibt's nur noch... Best of Three. Also wenn ich jetzt gewinne, hab ich den Final gewonnen. Das ist doch erst mal Skinny die ganze Zeit fertig. Und danach immer, wenn er tot ist, fangt ihr an euch gegenseitig. Halt mal du dein Maul da. Ey, wie redest du, Bruder? Genau so ist es. Pass mal aus, mach mal auf. Team Rap gibt's gleich noch auf. Ich wollt grad noch diese Awards checken. Ach komm. So. Rematch. 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 Und random. Merkt euch den pinken Pfeil. So, das war... Ey, Skinny, weil sie still zehn Minuten in der Ecke sitzen bleiben kann ich auch. Zum Einstieg eine Lernrunde. Jetzt haben alle das Spiel verinnerlicht. Ich hab safe am meisten Punkte geholt. Karten werden neu gemischt. Ich hab mir nicht so an. Alter, die sind... Andi war das der Typ. Diese Schatzkisten müsst ihr einsammeln. Da sind immer Goodies drin, ne? Ja, jetzt hast du zum Beispiel so Dinger, die durch die Wand teilweise gehen. Aber Skinny ist ein ernstes Spieler, muss man wirklich sagen. Guck dir das an. Das ist hier wieder weg. Das war richtig skillig, ja. Guck hier. Geht schon weiter, ne? Es wartet und zack, oben an der Wand. Das sind scheiß nervigen Replays. Ich bin immer noch mal aktiviert. Ey, komm, Andi, komm jetzt auf P3. Lass ihn ficken. Scheiß drauf. Komm dran! Komm dran! Komm dran! Aber die nehm ich aus euren toten Körpern. Nix nehm ich, nix! Hast du das gesehen, wie ich euch beide mal ganz kurz... Alter! Hast du beide geholt? Boop, 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 boop. MC Snyder hast du gesehen? Okay, der war gut, der war gut. Oho. Okay. Nein, was? Ich war mir sicher, ich komm auf dein Kopf. Oh, Andi, Digga. Danke für die Vorlage, Digga. Meine Güte. Das Ding wird jetzt mal nach Hause geholt. Sehr gut. Ach, hier geht in Führung? Wir müssen uns eindeutig verbünden. Das Genie ist immer noch das Hauptproblem. Ja, auf jeden Fall. Was soll das denn heißen? Das seh ich aber aus. Hey, Andreas, du hast die Drill Arrows. Nein, Digga! Du kannst ja Wände schießen. Nein, Digga! Ganz stark, Digga! Oh, sorry, ich hab Replay übersprungen. Okay, jetzt geb ich keine Tipps mehr. Es ist zu eng. Ich kann hier keine Tipps mehr. Oh, er hat einfach. Ey, diese Drill Arrows sind aber krass. So, ich nehm mir jetzt auch nen Stuhl, Leute. Alter, du bist so ein kleiner Fuchs! Was ist das jetzt vielleicht? Schön, Andi! Nein! Digga, Andi ist ne Geimwaffe, Digga. Ich sag dir das, wie es ist. Ne Abstauber ist er. Ich hatte keine Munition mehr. Ach ja, so ist das Spiel. Ganz stark, Andi, Digga. Jetzt sind wir aber auch gleich fein, wenn du so weitermachst. Ey, der hat trotzdem noch den Gesamtpunkt. Lass dich davon nicht irritieren. Nein, zu früh gesprungen! Das stimmt allerdings. Das, was Andreas gesagt hat, stimmt natürlich. Nein, das stimmt mir auch nicht. In der Gesamtwertung ist natürlich ... Das geht immer noch weit vorne. Das sind Schalter, wenn ihr auf die drauf geht, dann äh ... Passiert auch nichts. Oh Gott. Zweiter. Oh krass, das ist ja richtig geglichen hier. Ja. Jetzt! Nein, ich wollte doch da runter. Ich wollte doch da runter. Mann! Egal, Hauptsache P3 gewinnt nicht, Digga. Ja, weil ich ja auch gewinnen will. Das war so richtig, was krass ist. Gehen wir so okay. Ehrgeizig. Kein Punkt an Andi, oder? Es gab keinen Punkt da. Nee, gar keinen, weil wir uns alle ... Ich glaube, es geht darum, Kills zu holen, nicht zu überleben. Ey, Andi, was war denn das für die Nummer? Ja, Mann. Hä? Ich hab nach oben, ich war ein Abstauber. Hier, guck mal. Nein, 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 guck mal. Ich hab nach oben geschossen. Der Freak. Er ist echt ein Freak. Hier, da oben, habt ihr gesehen? Okay, dann war's doch ganz gut. Das war so viel Skill, dass ihr's für ein Abstauber gehalten habt. Scheiße. Oh, das war knapp. Mann, na ja. Was ist das mit der ... Hä, wo funktioniert's los? Was ist das denn jetzt für ein Rotz? Wieso bin ich schon wieder tot, Digga? Was? Skinny ist ja auf den Kopf gehüpft. Digga, Skinny ist zu frisch, Digga, was ist denn los? Das darf man nicht unterschätzen, hier, dass er auf den Kopf hüpft. Drei, drei, zwei, ist noch alles drin. Ach, die kommen. Was ist das? Ich schenke es nicht am Ende. Leute, das ist für mich das neue Wetten, das. Scheiße. Ich bin raus. Doch nicht. Wisstens, Skinny. Hier bin ich. Komm ran, komm ran, komm ran. Digga! Ich hatte eh noch ein Schild. Also ... Wenn er so einen Kreis um sich herum hat, hat er Schild. Das ist one on one. Dann braucht er, glaub ich, mehr Treffer, ne? Zwei oder drei. Genau. Erst den Schild zerstören, dann ... Oh, toll. Und ich fang jetzt gegenüber von Achti mit Schild an. Sehr cool. Oh, meine Güte. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt wird er gejagt hier. Du brauchst den Pfeil. Du brauchst den Pfeil. Du hast keine Pfeile mehr. Jetzt ist er unsichtbar? Sammel den Pfeil ein. Da, genau. Ich seh den hässlichen noch. Schön. Yes! Geil. Schild ist einfach schon der psychologische Effekt. Man will einfach nicht dagegen kämpfen. Ja. Okay. Ey. Achtet auf die Pfeile über eurem Kopf. Seht ihr, wie viele Pfeile ihr verschießen könnt. Was war das? Da ist er wieder. Da kommt der dreckig aus der Ecke. Big Boy. Yes! Man. Alles noch drinne, Jungs. Ey. Immer schön aufs Gini rauf, Leute. Nicht vergessen. Ja, das stimmt wirklich. Das ist die Devise. Alle gegen mich. Andreas, was ist da los? Das kann auch nicht euer Ernst sein. Du hast mich nicht mal im Auge behalten, obwohl ihr alle gegen mich wolltet. Ich hab dir zugeguckt, wie du mich ... Das war nicht schlecht. Das gucken wir uns noch mal in der Zeitlupe an. Nicht weg. Guck mal hier. Alter! Richtig geämpft. Sauber, sauber. Und das ist auch die Führung für Achti. Fünf Punkte jetzt. Boah, der hat auch schon ein paar Bierchen drin. Also Respekt. Meinst du das im Vorteil? Nee, im Nachteil. Ich wollte eben gerade meinen Respekt bekunden. Dann wäre er noch besser. Andi hat mich gerade nackig gemacht. Aber der wenigste gewinnst du besser als für Achti 3. Stark, Digga. Auf Augenhöhe sind wir wieder. Meine Güte. Jetzt fress dich. Nee, das klappt doch nicht noch mal. Aber du bist auch auf meinem Kopf gelandet. Beide tot. Wie? Ah, weil du nur nach oben geschossen hast. Ja. Und wieder ein Punkt für Achti. Warum? Nein. Geh mal weg. Achti, noch zwei Siegel. Nein! Wie geht's los, Alter? Ich bin da runtergelaufen. Alter, die Dinger lässt sich dir nicht mehr gut angesprungen. Ich hab mich an der Watt festgehalten. Er geht unter mich. Ich bin so ein Holzkopf, Alter. Egal, alle auf B3. Ja. Ja, mal wieder, war? Hat ja bisher gut funktioniert, die Strategie. Was ist das denn? Da ist wieder der Drillpfeil. Nein! Nein! Ich hab mich selbst! Andi, du Fuchs. Der war auch nicht schlecht von dir. Ich wusste gar nicht, dass du noch mitspielst, Andreas. Hey, komm schon. Ich komm mal langsam. Der war krass. Der war krass. Puh. Okay, P3 nicht vergessen, Leute. Das Ziel ist P3. Kommt! Ach! Nein! Nein, Alter! Du bist so schlau, Andi, mach keinen Scheiß. Ja, jetzt nicht mehr, Bruder. Jetzt ist er wieder ein Bruder. Das geht doch schnell auf der Straße, weißt du doch. Alter! Scheiß! Puh! Okay, Skinny gleicht aus. Was haben wir genau so sehen, ja? Wie steht's jetzt? Wir haben Gleichstand. 6,6. P3 ist es nach wie vor die Wiese. Zwei Fracks braucht ihr noch. Drill Arrows für Skinny. Gehen durch die Wand die Dinger. Muss ja aufpassen, durch die Decke wie mein Album. Auch da durchgehen sie. Durch die Decke wie dein Album, ja. Stark. Alter, was war das denn, Digga? Oh, shit. Der war geistkrank. Guck mal hier, da sehen wir es. Was so ein Drill Arrows macht. Okay, ey, jetzt müssen wir alles geben. Wir brauchen nur noch einen Punkt. Matchball! Das könnte jetzt schon hier die Entscheidung sein. Dann kann ich ja direkt mal aufstehen. Okay, geh auf ihn drauf direkt, Bruder. Genau. Ganz stark. So, der Schild ist schon mal beseitigt. Nein! Yes! Schön verhacht ihr den Weg freigemacht, dich Idiot. Jetzt ist auch da Entscheidung. Nein! Oh Gott! Aber alles auf P3. Ja, und Andreas hat noch ein Schild. Was für eine Scheiße, Mann. Nein! Ha! Andi, komm, Marina, geh! Andreas, jetzt liegt's an dir. Andi, schieß! So, Schild ist weg, Schild. Oh no! Yes! Oh, was hast du gemacht? Der war ja krass. Ganz stark, Andi. Guck mal, der Pfeil, den gucken wir uns noch mal an. Hoch. Und dann runter, beim Runterpfeilen. Oh, dann aber noch da erwischt. So geplant. Das war geplant, ne? Ja. Wie siehst du so ein Bastard? Nein! Oh! Und die Strafe. Ach, die Entscheidung. Entscheidungsduell zwischen uns. Oh, guck mal hier, da oben. Skinny, ganz hinterhältig. Versteckt er sich, schießt da schräg runter. Ach, komm. Oh, Drill Arrows. Kannst du auch einsammeln. Hast du jetzt? Und? Oh Gott, Ausweisung! Nein! Der Eissapfen für Siegel ist ein Schicksal! Guckst du dir an! Der Eissapfen! Der Eissapfen! Der Eissapfen! Guck hier! Oh! Und damit haben wir einen Gewinner in der zweiten Disziplin. Und das ist Skinny für das Teamsplay! Ich muss mich irgendwo frisch machen, Mann. Du bist richtig nass geschwitzt, Alter. Das ist ja anstrengend. Aber das war richtig Pech oder Glück, wie man's nimmt. Der Eissapfen hat das Spiel entschieden. So knapp war's. Guck mal hier, Achti, du hast schon am Sieg gerochen. Aber es hat nicht ganz gereicht. Wir schauen mal auf die Gesamtwertung, bitte. Das war eng, ey. Das Spiel ist echt gar nicht schlecht. Ja, und da sehen wir, dass jetzt der erste Punkt gekommen ist für das Team Splash. Und wir machen jetzt gleich weiter. Und zwar mit folgendem Spiel. Schaut euch das mal an. Gang Beasts! Und das werden wir im Modus 2 gegen 2 spielen. Jedes Team mal gegen jedes Team. Vorher machen wir noch Werbung, oder? Leute, gut. Dann machen wir eine ganz kurze Werbung. Ihr könnt alle noch ein Kaltgetränk nehmen, euch abkühlen. Dann gibt's hier weiter 2 gegen 2, Battle in Gang Beasts. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind zurück bei Next Level. Erste Ausgabe heute mit dem Rap-Battle trifft auf Videospiele. Jetzt kommen wir zur Disziplin Gang Beasts. Wir schauen mal ganz kurz auf die Score-Tafel vielleicht. Ganz kurz, damit wir den Punktestand noch mal sehen. Genau, da sehen wir es nämlich. Das Team Rapper ist uns leider noch einen Punkt schuldig. Die sitzen aber jetzt erst mal in der Lounge, können sich mal Gedanken machen über ihre Leistung bislang. Und vor allem auch das Spiel studieren, das wir jetzt spielen, nämlich Gang Beasts. Hier wird auch noch mal die Steuerung erklärt. Auch da wichtig, noch mal hinzugucken. Also mit L1, R1 schlagt ihr mit der linken bzw. mit der rechten Hand. Ganz wichtig, Dreiecktaste, jemanden hochheben. Mhm. Und Kreis ist ein Kopfstoß, X ist springen, Viereck ist treten. Mhm. Ähm, ja, es ist ein bisschen ein komisches Spiel. Es ist völlig normal, wenn ihr's zum ersten Mal spielt und keine Ahnung habt, was euch da gerade geschieht. Das muss so sein. Wir sehen jetzt hier, das Team Splash trifft als Erstes auf das Team RBTV. Splash, ihr seid blau? Nee, wir sind rot. Ihr seid rot, okay. Und dann ist folgerichtig das Team RBTV. Wer ist wer bei euch? Ich bin der mit dem geilen Schnubbi. Der bin ich bei uns. Wie nicht. Ach so, ich bin der mit dem langen Bart, der offensichtlich sich kaum noch bewegen kann. Okay, dann bleibt mal jetzt so. Okay, alles klar. Es wird auch hier ... Nee, wie spielen wir? Welcher Modus? Doch, Best of Three, ne? Jeder gegen jeden. Ähm, in Teamform, dann legt einfach mal los. Der Rest ergibt sich dann. Komm schon, Nasti. Let's go. Der Spirit ist ein bisschen down, weil ich ... Nein, 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 nein. Wir kriegen das. Ist schon okay. Ey. Ich nutze die Ladezeit ganz kurz, um die Wetteinsätze vorzustellen. Also, es geht ja hier um was. Und zwar, am Ende dieser ersten Staffel von Next Level wird es einen Gewinner geben, da er entweder Team Splash, Team RBTV oder Team Rapper heißt. Wenn das Team Splash ... Geh mal weg, was Leute ... Ah! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh Gott. Okay, zu zweit. Nein! Wenn das Team RBTV gewinnt ... Nein, 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 nein. Geh mal weg. Geh mal weg. Ich mach mal Kopfstöße. Ich hab das Gefühl, mit dem Kopfstuss nocke ich mich eher selbst. Nein, nein, nein. Ich hab nicht das Gefühl, dass mir das hilft. Nein, 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 nein. Oh, Alter, lass doch den ... Oh, shit, der saß ja wirklich. Ja, ja. Jetzt kommst du nämlich mit mir nicht. Nein, nein, nein. Das war seine Scheiße. Nein, nein, nein. Oh Gott. Junge, wie lange dauert es, bis man da mal rüberfliegt? Ich pock's euch beide weg. Was ist denn hier los? Gibt's keine Zivilcourage mehr, wenn ein alter Mann angefallen wird? Gab's noch nie. Oh Gott, lass mich los. Komm mal auf die Planke. Nein! Der ist der Vogel. Lisa. Ja, ja, ja. Nicht uns gegenseitig festhalten. Geh doch mal runter. Also, wir spielen wieder Best of Three. Andreas. Nein! Welches Team zuerst zwei Siege hat gewonnen? Noch relativ ausgeglichen. Allerdings im Laufe der Zeit wird die Stage langsam auseinanderfallen. Okay, Kommunikation ist hier einfach unmöglich. Lass die. Ja, ich ... Ihr könnt euch auch gegenseitig helfen, ne? Also, zwei gegen eins erst mal. Nein! Nein! Lisa hält doch. Es ist doch nicht vorbei. Oh! Kann man sich wieder hochziehen? Ja, du kannst zumindest versuchen, jemand anderen noch ... Man kann's versuchen, aber manchmal ... Mann, ey! Erster Punkt. Oh mein Gott. Wie viele Punkte musst du es denn überhaupt geben? Steht hier nirgendwo? Mit den beiden Händen und hochstemmen oder so. Guck, ich glaub, du kontrollierst jede Hand gesondert auf diesen ... Ja, ja. Wichtig. Oh no. Was ist das? Was ist denn das für eine Stage? Direkt weg. Ich lauf die Beine erst mal weg. Oh nee, nicht ins Feuer. Da brennt mein Bart. Oh, ins Feuer. Oh, ins Feuer. Liebe Regie, könnt ihr mir das mal grad sagen, wie viel ... Lass mich mal los, meine Hunde vorbei. Bei wie viel Punkten? Komm mit! Hast du mich grade festgehalten? Ich bin am Geländer. Nein, nein, nein! Nein! Wie hat der das? Nein! Ich halte auch die Wand auch noch fest. Wieso hältst du mich hoch und nicht ich dich? Komm schon! Komm schon! Mein Wasser ist kaputt gegangen. Was ist kaputt gegangen? Hier, die, äh ... Der Gummiknüppel ist abgegangen. Ach so. Schau mal auf jetzt. Lass mich mal los. Okay, lass mich aber auch los. Ach so, ich hab's ja selber gesagt. Best of Three. Okay. Ja. Nein! Was? Wieso hältst du mich so hochheben? Scheiße, das ist nie! Ah! Oh mein Gott! Lass mich! Lass mich! Oh Gott! Mir ist so warm! Das könnte schon der Sieg dann sein. Es ist halt auch Feuer. Geh mal weg, lass mich los! Ah! 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 So random! So random! Ich hab zu spät losgelassen. Das hier muss ich irgendwie ... Ja, der Pinöppel ist abgefallen. Einen Moment. Ich glaub, ich kann den einfach wieder draufstecken. Ja, du kannst den einfach da. 1-1, ne? Oh Mann, ey! Okay. Okay, es steht 1-1. Oh Gott. Entscheidung auf dem Zug. Typisches Finale. Oh, lasst mich ... Ich hab das Gefühl, dieses ... Ich zieh sie beide runter. Huhn, schubsi! Ich halt sie beide fest und geh mit beiden runter. Ich opfer mich. Hast du meinen Hut grade geklaut? Oh ja. Oh, oh! Und deine Ehre! Nein! Oh! Ich stand doch noch drauf! Was ist grad passiert? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung! Ich stand ja auch noch ... Also, wir sind ja erst runtergefallen, die letzten ... Ich hatte das Gefühl, das Spiel war schon entschieden, als ihr gefallen seid. So nach dem, ja, die machen's eh nicht mehr. So gemein! Hm. Aufzüge jetzt. Okay. Neue Chance. Hä? Okay. Wer wagt zuerst den Schritt in den gegnerischen ... Ach so. Wie soll man das machen? Muss man da hochklettern? Hast du den Hut verloren? Ja. Ah, guck mal, Lisa, ich versuch mal, dich zu heben. Dann hältst du dich da oben irgendwie fest. Aber wie denn? Ach so. Ach so. Ja. Was machst du? Manchmal reicht es ja auch einfach nur zu überlegen. Kannst du dich da dran festhalten an der Klappe? Hm. Kann ich da ... Nee, war eben saß so aus. Warte mal. Wie kriegst du den Hut mit Dings? Warte mal, kann ich da rüber? Ich hab Angst zu springen. Nein, was geht ab? Ja. Team Rot ist momentan selbst der größte Feind. Wie komm ich noch? Ich sag euch mal so viel. Früher oder später wird einer der Aufzüge abstürzen. Dann hoffen wir mal, dass das der Rechte ist, wa? Hä? Wie ist das denn? Wie soll man ... Entschuldige ich mich. Warum kann ich denn hier nicht seitlich das ... Kann ich dich hochheben? Guck mal, ich glaube, jetzt könnt ihr versuchen hier rüber zu springen. Erstmal müsst ihr die Glasscheibe kaputt machen. Lass mal jetzt gucken. Lass mal rüber. Lass mal rüber. Lass mal jetzt rüber. Hier, okay. Scheiße. Das geht doch nicht. Kommt ran. Kommt ran. Kommt doch her. Ihr seid rüber. Ihr könnt jetzt, glaub ich, zu uns rüber spielen. Das ist auf jeden Fall ein würdiges Finale, find ich. Hä? Hä? Warum musst du mich denn weg vom Fenster? Weil ich dich da hochheben will. Nein! Nein! Aber das ändert man nicht. Es geht hinterher. Nein, das ist der Sieg. Aber Respekt. Das ist doch jetzt pointless. Ja, dass wir es versucht haben. Wir hätten einfach länger im Fasten rumlungern müssen. Ein Punkt für Rocket Beans. Das ist jetzt ein richtiger Punkt auf der Endwertung? Ja, das waren ja jetzt schon zwei Siege. Der ist so viel wert wie der, den ich in Towerfall erkämpft hab? Es ist ein anderes Spiel. Aber ja. Finale. Okay. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euren Punkt, den ihr bekommen habt, weil ihr nichts getan habt. Ja. Als ich aus dem Fenster springen wollte, hat Andreas mich zurückgehalten. Ja, weil du nicht springen sollst. Du sollst nicht so nah rangehen. Jetzt fehlen die anderen Spieler. Gang, gang, gang. Ich glaub, alle müssen X drücken vielleicht. Jo. Ah, ich bin wieder da. Was macht ihr denn da? Ach so, das war jetzt der erste Punkt von Best of Three, oder was? Ach, sind wir schon fertig? Ja. Ah, okay. Nee, dann doch. Also nee, ihr könnt wechseln. Danke, liebe Regie, für die Info. Das kam ein bisschen spät. Okay. Ihr müsst wechseln, ne? Das war's schon. Ich dachte auch ... Best of Three, Best of Three macht. Das fühlte sich geil an. Ja, das war ... Leider, Bruder. Team Rap, viel Erfolg. Gib den mal. Ach, echt? Wir sind nicht in einem Team, Bruder. Warum wünschst du uns so viel Erfolg? Warum bist du so sportlich? Damit ihr Punkte holt, die die nicht kriegen, damit wir bessere Chancen haben, die zu besiegen. Okay. Du verstehst das alles völlig falsch. Keine halben Sachen. Einmal auf Kreis, den rechten. Ja, genau. Ja. Hier steht das. So, wir richten das hier noch ganz kurz ein. Das ist ein Gangbeast. So viel Spaß. Savas kann jetzt auch beweisen, dass er in Videospielen der König ist. Spiel ich jetzt auch? Du spielst mit Savas zusammen in einem Team. Mann, das ist der ... Dieses Spiel ist der größte Blödsinn. Ja, das muss ich bewahren. Sorry, das ist so schwer. Did it. Oh Gott. Oh Gott. Das war ja aber komplett ehrenlos, dieser Musik. Okay. Aber wir nehmen den natürlich gerne. Würde es euch helfen, wenn wir nochmal die Steuerung einblenden, Team Rapper? Yes, Sir. Okay, dann hier. Schaut nochmal auf den Monitor. Da kommt sie nochmal. Könnt ihr nochmal sehen. Slaych mit Leich. Slaych mit Leich. Könnt ihr aufhören zu lachen? Ist ja unangenehm. Aber wie kann ich die wegstoßen? Wenn ich die ... Okay. Heben. Das weiß niemand, Achdi. Spring. Beten. Heben. Du musst einfach ... Bleibst du der? Also gut ist es, wenn du jemanden K.O. haust, weil dann kannst du ihn einfach runterschubsen. Du willst den Burger auf dem Kopf haben. Okay, habt ihr ... Tim, mach das doch bitte. Ich? Auf zwei? Also ... So? Okay. Okay, wir sehen jetzt in Blau wieder Nasti und Andreas. Und in Rot sehen wir Savas und Achdi. Wer von euch ist ... Wisst ihr, wer wer ist? Ja, ich bin wieder der mit dem Schnubbi. Ich bin der mit dem Burger. Nee, ich meinte eigentlich die Rapper. Ich glaub, ich bin dieser Komische, der so ... Der Komische. Der Komische. Ah, okay. Stage. Ja, der sieht wirklich aus wie so eins. Habt ihr denn noch? Sabisch ist das Eis? Das ist euch klar. Nein! Direkt ein Kopfstoß. Kommt ihr das an, Digga. Nein, raus da, Digga! Was? Alter, die sind super aggressiv, lass die. Ja, ich weiß, ich geb auch nur noch Kopf ... Stöße. Das geht ab. Headbutt-Quote ... Ey, 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 nein, nein! Oh, oh! Oh Gott, das wär fast schiefgegangen. Achtung, da fällt gleich das Holzbrett runter. Ey, mein Burger ist runtergefallen. Das ist egal. Man kann natürlich auch versuchen, sich auf den anderen ... Ich bin der roten Bruder. ... zu retten. Bitte greif mich nicht an. Ich mach nicht. Hier, der blaue. Alter. Ah! Wie hebt man noch mal hoch? Mit X, oder? Schnapp dir den blauen festhalten. Mit Dreieck, Dreieck. Aber du musst erst jemanden greifen, bevor du ihn hochheben. Mit L-Taste, R-Taste gedrückt halten. Oh, ich bin ausgenockt, ich bin ausgenockt. Da oben die Schultertaste gedrückt halten. Oh, Alter. Oh Gott. Mies aus dem Aufzug geworfen. Jetzt ist es zwei gegen eins. Das ist ... L! Oh, shit, ich darf nicht jetzt ... Er ist noch am Start. Er lebt noch, er lebt noch. Shit. Oh, wir halten uns schön fest. Was soll das denn? Du musst immer die L- und R-Tasten drücken, um die Schultertasten. Die krieg' Kopfnüsse, Leute. Einfach alle Headbutts. Scheiße. Warte, warte. Ich seh das nicht. Oh, ich bin unmächtig. Und jetzt, denn da liegt einfach hochheben. Einfach hochheben. Einfach hochheben. Einfach hochheben. Ey! Lass runter damit. Aber wie denn? Schmeiß ihn runter. Dann müssen wir ihn auch wieder loslassen. Lass mich los! Ja. Ja, lass ihn ... Okay, in die andere Richtung. Er wehrt sich hier mit ... Hau ihn an! Und reiß ihn einfach mit! Das war gar nicht so dumm! Muss man sagen. Das war gar nicht so dumm. Kami Kaze. Okay, ich häng' hier weiter ab. Nein, das geht nicht. Boah. Es tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Das ist okay. Eieiei. Fürs Team. Fürs Team. Hauptsache euch geht's gut. Okay, die nächste Stage. Im Ring. Hier geht's darum, es ist wie Royal Rumble, nicht aus dem Ring geworfen zu werden. Oh, oh. Wie hast du mich so schnell hochgehoben? Sag mal ganz kurz. Ich hab mich einfach gegriffen und gehoben. Komm schon. Lass doch waschen, Ruhe, deine Ecke, Digga. Gibst du eine Kopfschule. Oh, sorry, Bruder. Ich hab ihn! Nein! Na los! Ich drück doch beide gleichzeitig. Das geht gar nicht. Wie kann man denn hochheben? Mit Dreieck. Oh shit, ich bin raus. Aber du musst sie greifen. Ich bin rausgefallen. Nasti, das geht doch nicht. Ihr seid zwei gegen eins. Ich krieg ihn nicht gehoben, Alter. Ich krieg ihn nicht gehoben, Alter. Dreieck. Ja, du hast gesagt. Das ist ein Lügel-Dreieck. Nein, ich krieg den Neon nicht hoch. Ich krieg's damals nicht raus. Lass saberschen Ruhe. Ey, Digga, wie greifst du denn? Mit hier, die Schultertasten. Mit den Schultertasten. Aber warum bewegen die sich so, Alter? Ja, das weiß ich auch nicht. Digga, ist das richtig? Jetzt, jetzt, jetzt. Ja, na los. Nein! Sorry, Mann. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du musst regulieren. Aber wie kann ich ihn heben, den Hässling? Ja, ich hab doch nicht richtig geschafft. Komm schon, komm schon. Digga, was ist das für ein Spiel? Mann, ey. Grab ihn weg und schmeiß ihn hoch. Alter. Du hast schöne Kopfnuss, Digga. Digga, hast du das? Jetzt hab ich es. Jetzt, jetzt, jetzt. Nee, ich schaff's aber nicht. Doch, doch. Oh, der hängt in den Seil. Jetzt, jetzt, ja, ja. Nein, halt dich, halt dich. Und spring. Oh Gott. Sehr gut, ey. Was ist das für ein räuliges Ding? Und auch hier der zweite Sieg für das Team Rocket Beans. Das ist dein Spiel jetzt, ja. Gang, ja, Wrestling, ne? Ja. Und, ähm ... Ja, wollen wir das dritte ... Ihr habt gewonnen. Wir haben gewonnen. Sollen wir das dritte Match trotzdem noch machen? Ja, komm, wir wollen das trotzdem noch machen. Ihr habt keinen Bock mehr, ne? Okay, dann lassen wir's. Hey, oder wollt ihr noch mal? Wollt ihr noch mal gegen die Rapper? Ja, dann komm. Dann geht noch mal weg. Welch, dieses hier? Ja, komm, ich hasse das Spiel. Es geht ja auch ein bisschen um die Ehre. Okay. Es geht ja auch ein bisschen um die Ehre. Du, jetzt bist du aufgeheißen, jetzt krieg ich den Raging 8. Ja, komm, Alter. Wie hebt man einen hoch? Mit den beiden Gedrücktheiten, ja? Zum Glück. Deswegen sind die Schutzwände hier. Hat schon mal einer ... Ey, mit dem Controller brauche ich Bier aufgemacht? Dankeschön. Alter, habt ihr gehört? Das war eine Kanone, Liga. Wie glücklich. Du möchtest teilen. Wenn das keine Splash-Bühne-Zeit gibt, dann weiß ich aber auch nicht. Ey, guck mal, den Controller. Den könnt ihr verlosen danach. Was denn? Ja, das ist beim Bier aufmachen. Ach, die Kreis drücken. Kreis, 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 hab ich. Gibt das nichts mehr, oder was? Hm? Nee, ich ... Raketenmacht ihr denn da? Was ist mit der Raketenbohne, Bruder? Ja. Hab ich gewollt gemacht? Drück mal einmal X, dann, dass das okay ist. Mach mal du. Oder ist das auf Share? Ihr habt ein Menü entdeckt, das ich noch nie gesehen hab auf der Playstation. Das ist diese Share-Taste, die man immer aus Versehen drückt, wenn man Button-Mashing betreibt. Oh mein Gott, ich hab das Pack-Güttzer schlippt. So, dann wählt mal Team aus. Okay, mein Schnurrbart hat sich evolved. So. Savas, hast du wieder diese komische Wurst, oder was? Lisa, du hast gar keinen Grund. Ja, das Gute an der Wurst ist, dass ich sehe, wer ich bin. Müde, ne? Jetzt bin ich aber weg auf einmal. Richtig, oder? Wer hat denn jetzt welche Farbe von uns? Kleinen Trinken gleich. Der goldene Lisa? Pockefotzka, Bruder, ich schwöre. Wieso? Ich bin nur noch zu Hause, Bruder. Wir sind blau. Okay. Hey, hier gibt's noch ein bisschen Verwirrung. Ich hab den ja auch ein bisschen getritscht, weißt du? Jetzt fühl ich mich auch wohl. Was die Controller angeht, aber jetzt sieht's gut aus. Ich bin dieser Kack auf. Ja, ich bin der rechte, wir sind die roten. Einmal X. Okay, okay. Die Bloods. Okay, es geht los. Wir sind die Crips. Wer ist wer? Wir sind die Bloods. Ey, wir sind die Bloods. Wir sind die Crips. Ja. Aber wer bei euch im Team? Hä? Ich bin wieder der Schnurrer. Du bist der Haufen, wa? Ich bin der Kackhaufen wieder. Ich bin so ein Mittelding dazwischen noch. Weißt du, was ich meine? Was ist das für ein Kacklevel hier wieder? Okay, Sabas, du bist wieder die Wurst? Ja. Okay, komm, wir kreisen sie ein, Bruder. Wir kreisen sie direkt runter mit dir. Ey, sag mal, wie hast du mich so schnell hochgehoben, Alter? Auf Dreieck, Bruder. Er hat mich einfach gefickt. Dreieck hochnehmen und runterschmeißen. Wieder schmeißen aber. Ja, aber Digga, ich dachte, man muss weit gleichzeitig strüßen, Mann. Das ist Todesunfekt, was ihr hier macht, die kleinen Geier. Würdest du sagen, das sind V-Männer jetzt? Okay, das ging sehr schnell. Ein Punkt schon noch mal für das Team Splash. Wir drücken uns die beiden dabei. Ach, gleichzeitig. Drei Tasten gleichzeitig. Okay, danke, dass ihr mir das jetzt sagt. Nochmal, nochmal. Ich mach entweder oder. Nochmal. Schön, dass ihr wieder sich erzählt. Die Schultertasten und Dreieck. Dreieck und die beiden. Ehrlich? Die Beans haben es euch gar nicht erzählt. Hä, stimmt. Nein, jetzt ist wieder so eine Nummer. Und runter. Pass mal jetzt auf, Digga, was jetzt los ist, Digga. Zeig mal. Was jetzt, Digga, hä? Wo bist du jetzt, Digga? Komm! Ja! Savas gegen Lisa. Du bist auch. Savas gegen Lisa. Wer wird's Rennen machen? Savas, du machst dich gut, du machst dich gut, Digga. Nein, 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 nein. Stell dich still, Bruder. Sag nix. Sag nix, sag nix, sag nix. Hau sie, hau sie. Wie? Was? Hast du grade Hausi gesagt? Die Verteilung kann man sein, Alter. Ja, ich wollte ihm auch mal einen Erfolg erleben. Er ist schon richtig sickig. Sickig. Wow. Sickig, Hacke. Wenn ihr die Tasten gedrückt haltet, dann greift ihr. Wenn ihr sie kurz drückt, dann schlagt ihr. Der G sagt immer was anderes. Glaube ich. Guck mal, hier liegt's hier. Steh auf. Boah, hab ich den Kopf mir so reinsteppern, Digga. Man kann überhaupt nicht treten, das stimmt einfach nicht. Was ist denn jetzt? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wie sagt er, was sie das für die, Digga? Hier wird mit allen Bandagen gekämpft. Lass mich los. Wir sehen oben links, oh, da ist Savas noch mal dem Tod von der Schippe gesprungen. Warte, 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 warte. Nein, nein, nein. Geh mal runter, Digga. Das sieht gar nicht schlecht aus. Nach... Nachdi, Nachdi. Ich kann... Nachdi, Nachdi. Ich bring ihn weg da, dieser Limmel. Kleiner Limmel, hau bloß ab da, Digga. Ja, genau. Zwei gegen eins ist immer ne gute Idee. Und jetzt? Jetzt ist er K.O. Und dann kannst du ihn runterwerfen. Boah, war das kalt, ey. Das war eiskalt. Und jetzt, Digga. Der kann diesen dreckig spielen. Ja, der kann das alles drauf. Ah, nein, nein, nein. Das ist gegenseitig fest. Guck dir meinen Kopfnuss an, hab ich mit Karim gelernt, Digga. Ich krieg nicht mal die Leute gehoben, Mann. Das ist alles so blöd, Alter. Was jetzt, Digga? Vor allem, ihr hättet ihr auch ein normales Spiel auszugeben. Ich wisst nicht, Digga, das ist der unfair. Angeblich gedrückt hat bei mir auch nicht geklappt. Das ist Blödsinn. Oh, ja. Ich drück und drück. Nein, 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 nein. Geh mal weg, Mann. Kann ich diesen Helm benutzen? Hast du den Kick gesehen, Digga? Ey, lasst mal diese Scheiß hier. Das macht jeder mit mir. Das fühlt sich ja auch aber so ein bisschen unehrenhaft, dann so zu zweit auf eine Person zu gehen. Ja, so sind sie, ne? So sind die. Ey, das ist der komische Schirm. Macht mies Bock, wa? Ich lass dich aber nicht gewinnen, aus Prinzip nicht. Komm, ich hau ein bisschen ab. Harts ab, bis mein Kopf dich trifft. Oh, hier kann man dich bestimmt gut runterwerfen. Oh, du Wichser. Zeig mal einmal, wie du hochhebst. Zeig mal einmal, wie du hochhebst. Ich nehm mit den beiden Händen, dann drück ich die, und dann mach ich das, nehm ich das so hoch. Ja, jetzt sagst du's, ne? Jetzt ist es zu spät. Nein, ich mach doch nur Spaß, Alter, ist egal. Ist vorbei, Team Rapper hat verloren. Danke für dich. Und, ähm, ihr habt immerhin noch einen Ehrenpunkt, euch jetzt hier in der Disziplin-Gang wie zu holen. Die ist wie ein Schwein, hier ist auch 100 Grad. Seckt euch hin, hört auf zu motzen. So, und wir schauen jetzt mal auf den Gesamtpunktestand, der dürfte sich ja mittlerweile rumgesprochen. Und dann haben wir einen Gewinner, das Team Rocket Beans mit zwei Punkten. Das Team Rapper hat hier null Punkte heute abgestaubt. Und das Team Splash immerhin einen großen Applaus für Nasti und Andreas. Ach so. Ihr könnt gerne zu mir kommen. Und das Team Splash darf kurz Platz nehmen. Herzlichen Glückwunsch, wir müssen Abstand halten. Wir sind durch jetzt, glaub ich. Und, ähm, ich darf hier noch einmal mich bedanken natürlich beim Team Splash. Bei Lisa, bei Skinny und natürlich bei unseren Rappern. Achti, Savas, Achtis Album. Zeig's mal in die Kamera, da steht's doch, ne? Ja, unbedingt besser. Und 23.10. Vormerken, ne, da kommt das neue Album von Savas raus. Guck nicht so grimmig. Ich guck doch gar nicht grimmig. Nee, der soll nicht so grimmig sein. Wir waren einfach nur Kanonenfutter. Du kommst noch mal wieder, dann zocken wir Warzone. Und komm, ist doch alles, ist doch nur Spaß dabei. Natürlich, ich bin total happy, Alter. Und hier haben wir zwei strahlende Gewinner. Wir haben ja natürlich auch ein bisschen Heimvorteil. Aber das habt ihr großartig gemacht. Jetzt darf ich hier den obligatorischen Punkt. Das ist natürlich eine Vinylscheibe für das Team, wieso hängen wir so weit unten? Na gut. Für das Team RBTV ein Punkt. Das heißt, ihr kennt den Einsatz. Ihr zwei geht dann auf die Bühne beim Splash. Das war der erste Schritt. Das war der erste Schritt. Splash 2021. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank an alle Gäste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt uns, wie es euch gefallen hat, an das Hashtag NextLevel auf Instagram. Wir verlosen noch ein paar Sachen. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Tschau, tschüss.